Es gibt drei Arten von Männern. Die Männer, die Frauen nicht verlieren wollen, nicht verlieren können, die sich Frauen ständig beweisen wollen und die völlig abhängig von Frauen sind. Dann gibt es die Männer, die denken sie wären unabhängig, die Frauen, wie sie es selber ausdrücken würden, flachlegen, aber keine Frauen in einer schönen und gesunden Beziehung binden können. Und dann gibt es die Männer, die Frauen verlieren können, die so frei sind, dass sie tun können, was sie wollen. Und weil sie alles tun können, zeigen sie Frauen, wie sehr sie Frauen lieben. Mein Name ist Andy Friday. Ich bin Flirtcoach für Männer mit Herz, die flirten lernen wollen, Frauen verführen und entlang des Weges die richtige finden wollen. Und wenn dich nur oberflächliches Aufreißen interessiert, dann ist dieses Video für dich komplett überflüssig. Hier wirst du nur lernen, wie du eine Beziehung aufbaust, bei der ihr euch beide ineinander verlieben könnt. Eine Beziehung, die auf Nachhaltigkeit und Liebe basiert. Vielleicht kennst du einen Mann in deinem Freundeskreis oder vielleicht hast du selber diese Erfahrung gemacht. Du investierst in eine Frau und investierst und investierst, machst dir Gedanken über Gedanken und in der Zwischenzeit scheint es, dass sie sich immer mehr distanziert. Ja, je mehr Liebe du reinsteckst, desto weniger zeigt sie dir. Was geht da schief? Dein natürlicher Impuls könnte es jetzt sein, ihr noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Sie mit Nachrichten und Nachrichten zu bombardieren, um endlich eine Reaktion von ihr zu bekommen. Vielleicht sogar ihr deine Liebe zu bestehen und ihr zu sagen, wie wichtig sie jedoch ist. Aber das ist das denkbar schlechteste, was du in diesem Augenblick tun könntest. Und dann gibt es die Ratschläge, einer Frau dieselbe Medizin zu verabreichen. Einer Frau mal die Karls Schulter zu zeigen. Ihr zu zeigen, dass du kein Interesse an ihr hast, in der Hoffnung, dass sie dann diese Leere in sich spürt und endlich dir hinterher rennt. Diese Taktik nennt sich Push-Pull und warum ich diese Taktik für kompletten Bullshit halte und was nachweislich viel besser funktioniert, das erfährst du jetzt. Push-Pull sagt aus, dass du Interesse zeigst und dann wieder Desinteresse. Dann wieder Interesse und dann wieder Desinteresse immer wieder hin und her. Und das funktioniert auch, wenn du unselbstbewusste Frauen von dir abhängig machen willst. So dass eine Frau mit einem Minderwertigkeitskomplex dir immer wieder hinterher rennt, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie von dir nicht bekommt. Und für diese Bestätigung werden manche tatsächlich mit dir schlafen. Kurz gesagt, Push-Pull ist perfekt dafür, wenn du eine ungesunde Beziehung zwischen zwei Menschen ohne Selbstbewusstsein aufbauen willst. Die Erfahrungen der Teilnehmer in meinem Coaching, von denen viele mittlerweile Affären und Freundinnen haben, von denen manche sich sogar schon verlobt und geheiratet haben, zeigt uns etwas ganz klar. Und zwar, dass langfristige Anziehung und eine tiefe Verbindung nur dann entsteht und bleibt, wenn du etwas anderes tust. Was wir Frauen wirklich zeigen sollten, wenn wir langanhaltende Beziehungen aufbauen möchten, ist Interesse und Unabhängigkeit. Aber ist Interesse der Push und Unabhängigkeit dann nicht der Pull? Nein. Unabhängigkeit hat nichts mit Desinteresse zu tun. Unabhängigkeit bedeutet nicht, ihr die kalte Schulter zu zeigen. Unabhängigkeit bedeutet lediglich, dass du niemanden für dein Glück brauchst und du deine Zufriedenheit wirklich aus deinem Inneren ziehst, weil du ganz genau weißt, welche attraktive Kraft es auf sich hat. Wenn du ihr Raum gibst, wenn du ihr den Platz gibst, den sie braucht. Darum würdest du auch nie einer Frau hinterher rennen, weil du weißt, was für eine unglaublich kraftvolle Anziehung echte Unabhängigkeit hat. Und wenn du es ihr erlaubst, den Raum zu haben, auch auf dich zuzugehen. Wenn du ihr den Raum gibst, dass sie sich von dir angezogen fühlen kann. Was du liebst, lass frei. Liegt es zu dir zurück, gehört es dir auf ewig. Sag dein altes Sprichwort. Nehmen wir also an, es gibt dir diese eine Frau, bei der du schlechte Erfahrungen gemacht hast, bei der du dich selber verloren hast, bei der du eindeutig in die Abhängigkeit reingefallen bist. Wie kannst du es in Zukunft besser machen? Wie kannst du es in Zukunft attraktiver, aber vor allem auch gesünder machen? Sodass du sie von dir überzeugst, sie dich attraktiv findet, ihr miteinander schlafen könnt und eine gesunde, tiefe Verbindung aufbauen werdet, aus der auch etwas wachsen kann. Denn das Problem an Pushpo wird dann eindeutig, wenn du lang andauernde Beziehungen führen willst. Das Problem ist, jedes Mal, wenn du Interesse zeigst und dann wieder Desinteresse vorspielst, spielst du mit ihren Gefühlen. Mit diesem Liebesentzug fügst du ihr emotionalen Schaden hinzu und damit wirst du keine emotional gesunden Frauen anziehen. Keine ausgeglichene und intelligente, wunderschöne Frau wird jemals deine Freundin werden wollen, wenn du sie mit diesen Tricks die ganze Zeit versuchst, die Knöpfe zu betätigen und weil sie diese Erfahrung in ihren Jugendzeiten schon mal gemacht hat und definitiv nicht nochmal wiederholen möchte. Wenn dein Kind bei Rot über die Straße läuft, dann würdest du es doch auch nicht wochenlang danach ignorieren und es ihm zeigen, wie scheißegal es dir ist. Du würdest zu ihm gehen und ein ernstes Wort mit ihm reden. Du würdest ihm vielleicht sagen, ich bin sehr enttäuscht, dass du nicht nach links und rechts geguckt hast. Du hättest sterben können. Ich liebe dich und ich will dich nicht verlieren. Also tu das nie wieder. Verstanden? Du hast keine Angst, ein ernstes Wort mit ihm zu reden und ihm auch vor den Kopf zu stoßen. Du hast keine Angst, dass er sauer auf dich sein wird. Du bist bereit dazu, dass er dich für eine Weile vielleicht meiden wird, wenn du so harte Worte mit ihm gesprochen hast. Aber du tust das mit Liebe. Und auch wenn das ein sehr plastisches Beispiel war und vielleicht wenig Relevanz hat in deinem Liebesleben, zeigt genau das diese Kombination aus Liebe und Unabhängigkeit, was gesunde Beziehungen hervorruft. Und diese Weltanschauung, die zeigst du Frauen schon von der allerersten Sekunde an. Ich will dich, ich bin nicht auf dich angewiesen. Meine Freundin und ich haben seit sechs Jahren eine Basis für unsere Beziehung, die auf Augenhöhe, Offenheit und Wertschätzung berupt. Aber das würde nicht gehen, wenn ich hier immer wieder, um ihr Interesse an mir zu wecken, mal Interesse vorgaukeln und dann wieder die kalte Schulter zeigen würde. Das sind infantile Tricks, die auf Dauer nicht funktionieren und die sowohl bei ihr als auch bei dir einfach nur unglücklich sein hervorruft. Darum solltest du wirklich aufpassen, wenn du im Internet von Männern hörst, die Männlichkeit und Dominanz miteinander missverstehen, die dir sagen wollen, wie du dich bei Frauen verhalten musst, um sie zu bekommen. Denn diese Männer haben keine glückliche Beziehung. Ich weiß das. Der einzige Weg, mit Frauen von Anfang an auf Augenhöhe zu kommunizieren, ist mit Wertschätzung und Unabhängigkeit. Indem du ihr dein Interesse zeigst und danach ihr Raum gibst. Indem es dir egal ist, ob du eine Antwort zurückbekommst. Indem es dir wirklich und ich meine wirklich egal ist. Es ist, wenn du ihr furchtlos in die Augen schauen kannst und ihr einfach mal sagen kannst, du gefällst mir. Was hast du am Wochenende vor? Wenn du einer fremden Frau einfach mal ein Kompliment machen kannst und dich danach umdrehst und verabschiedest. Wenn du es dir antrainierst, zu geben, umzugeben und nicht zu geben, um zu bekommen und diese Leichtigkeit und Liebe nicht nur einer Frau, sondern allen Frauen entgegenbringen kannst, dann passiert echte Magie und es fühlt sich so verdammt gut an. Und wenn du auch romantische Abenteuer und tiefe Verbindungen mit Frauen, oberflächlichen Bekanntschaften vorziehst, dann bekommst du einen Gesprächsleitfaden, mit dem du jedes Gespräch sofort in die Tiefe lenken wirst. Und zwar in diesem Video.